Hallo, mein Name ist Kai Dröse von der Firma Haier und ich möchte Ihnen heute zwei ganz tolle Geräte vorstellen und zwar aus der 979er Serie, ein Waschtrockner und eine Waschmaschine. Bleiben Sie gespannt. Was macht die 979er Serie so besonders bei Haier? Ich denke mal einmal das Aussehen, wenn Sie hier drauf gucken, ist es wirklich ein wunderschönes Design und ganz innovative Lösung. Fangen wir mal von hinten an und zwar ist das Gerät nur 46 cm tief als Waschmaschine bei 8 kg Fassungsvermögen. Die Trommel hat einen Durchmesser von 52,5 cm, das ist echt riesig und die Trommelöffnung ist mit 36 cm auch nicht gerade klein. Das Gerät hat einen Vollwasserschutz und eine Dampffunktion. Tja und Sauberkeit ist uns bei Haier wirklich extrem wichtig. Einmal die Sauberkeit ihrer Wäsche, deshalb haben wir wirklich sehr intelligente Waschprogramme hinterlegt, die ein richtig gutes Reinigungsergebnis erzielen. Was uns aber auch wichtig ist, die Sauberkeit in der Waschmaschine, dass Sie lange Freude an dem Gerät haben, keine Geruchsbildung und Ablagerung. Aber wie haben wir das gelöst? Das möchte ich Ihnen explizit an zwei Beispielen zeigen. Einmal ist es ABT. ABT heißt, wir haben in der Manschette im Bullauge und im Waschmittelschub Zink mit eingeschäumt. Zink sorgt dafür, dass sich Keime und Bakterien auf diesen Oberflächen nicht ablagern können, weil Zink tötet die ab. Kennen Sie vielleicht Zinksalbe, wenn Sie eine kleine Verbrennung haben oder eine Wunde, kann man Zinksalbe drauf machen. Das wirkt antiseptisch und tötet Bakterien und Keime ab und sorgt dafür, dass die Wunde besser heilt. Die zweite Sache, die ich Ihnen gerne zeigen würde, ist Dual Spray. Ein Klassiker bei Waschmaschinen ist, dass sich Waschmittelrückstände auf dem Bullauge ablagern und in der Manschette. Und um diese auszuspülen, haben wir hier zwei Sprühdornen drin. Einer sprüht direkt aufs Bullauge und einer in die Manschette. Und so werden Ablagerungen einfach weggesprüht. Das heißt, Sie haben ein sauberes Bullauge und eine saubere Waschmanschette. Eine Funktion sticht besonders raus und das ist die Refresh-Funktion. Refresh-Funktion heißt, Sie können Wäsche, die zum Beispiel leicht riecht oder Falten hat, zum Beispiel vom Liegen oder vom Tragen, in die Waschmaschine tun. Drücken eine Taste. Jetzt wird die Wäsche 20 Minuten bedampft, die Gerüche werden entfernt, die Wäsche wird aufgefrischt, die Falten sind weg und Sie müssen es nicht waschen. Schont die Wäsche und Ihren Geldbeutel. Tolle Lösung. 8 Kilo Fassungsvermögen und 46 Zentimeter Tiefe. Dieses Gerät ist wirklich bewundernswert. Aber wer mehr will, kann auch mehr bekommen. Weil dieses Gerät hat bei normaler Bautiefe ein Fassungsvermögen von 12 Kilo und 8 Kilo Trocknen. Ja genau, das ist ein Waschtrockner. 12 Kilo waschen, 8 Kilo trocknen und alle Funktionen, die dieses Gerät hat, hat dieses auch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass bei der neuen 7.9er Serie modernste Technologie und Design wirklich perfekt zusammenpassen. Ob als Waschtrockner oder als Waschmaschine, wirklich eine tolle Lösung. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg beim Verkauf. Danke für Ihr Vertrauen, Ihr Kai Dröse und auf Wiedersehen.